Ja meine Lieben, herzlich willkommen bei Avanacho, herzlich willkommen mit Sam Ness und Ali Gacy. Tut mir leid, dass das momentan so ein bisschen unregelmäßig kommt. Ähm, wie gesagt, es geht leider nicht anders. So, was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte... Jetzt muss ich gucken. Ähm, da wollte ich gar nichts. Ich wollte die mitnehmen. Ich wollte... Die brauche ich nicht. Die können dort in die Ecke. Ähm, genau, ich wollte noch ein paar Bars machen. So, ich zeige euch dann gleich, was ich unten gemacht habe. Ähm. Bars. Ah, die kann ich ja schon mal mitnehmen. Das ist schon mal gut. Kann ich schon mal anfangen. Ähm, die hier. So, dann... Muss ich... Wie heißen die denn? Die werde ich hier machen müssen. Ähm... Bike. Ja. Die hier wollte ich nämlich... Äh, nee, nicht hier. Muss ich hier machen. Okay. Versuchen wir es nochmal. So, auch direkt in den Favoriten. Und den auch mal. Okay. Geht nicht. Oh, für den brauchen wir Nägel. Naja, macht Sinn. 24 ist jetzt nicht so... Oh, dann muss ich davon auch machen. Okay. Dann... Was wollte ich noch machen? Ich wollte... Genau, von den Pouls... ...wollte ich noch welche machen. Wo sind die denn? Ähm... So nicht. Jetzt weiß ich nur nicht, welche brauche ich jetzt. Die normalen? Oder... Decentred. Und den bräuchte ich, wenn dann... Acht. Geht nicht, weil kein Cabestown. Weil kein Lehm. Okay. Lehm. Habe ich noch. Oh, dann muss ich sowieso wieder Cabestown machen. Dann... ...gib mal gleich mit. Und... ...gib auch mal mit. So, ich brauche... Ähm... Ne... Hier vorne... Das sind die Center. Und den bräuchte ich... Ich weiß es nicht. Ich mach mal... Ich mach mal 12 von jedem. Dann habe ich... ...auf jeden Fall genug. Ich weiß jetzt noch nicht, welche ich von denen brauche. So. Dann... Wollte ich Eisen... ...herstellen. Ähm... Ja. Das funktioniert dann nicht. Muss ich noch machen. Dann brauche ich eine Tür. Mach ich die hier? Mach ich hier. Ähm... Was auch immer das ist. Okay. Dann gehen wir den umgekehrten Weg. Das heißt, ich brauche... ...Stahl. Ja, zum Aufrüsten werde ich nur Stahl brauchen. Ich glaube, das habe ich. Und hierfür brauche ich zwei Hinge und Eilen. Okay. Das heißt, ähm... Ne... Mach mal ruhig ein bisschen mehr rein. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Oh, und das ist auch schon mal gut. Und... Und... ...zwei Hinge. Zwei Hinge. Na nö. Das war dann nicht die? Wo ist sie denn? Warte, einmal die. War das doch die? Nein. Nein. Die hier. Davon brauche ich eine. Dann muss ich hier... Da brauche ich Iron. Da war schon. Das ist nicht so viel. So, und die mitnehmen. Gucken, wie viel ich davon brauche. Beziehungsweise welche. Okay. Die sind noch fleißig am Machen. Das ist so. Haben wir schon mal ein paar. Habe ich den einen schon angeschmissen? Ja, ne? Ja. Habe ich. Okay. Dann habe ich jetzt, glaube ich, erstmal alles, was ich jetzt brauche. Und... Achso, bleibt drin. Und kann Kabelstorn machen. Nebenbei. So, mach mal... 3000. Okay. Gehen wir jetzt runter. Wer ist denn da schon wieder am Motzen? Gehen wir mal gucken. Brauchen wir nicht. Oh, Taschen. Ja, 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 ja. Warte, ich muss erstmal einen Prübel finden. Habe ich. Kann ich den eigentlich mittlerweile machen? Ich weiß ihn gar nicht. Warte ich mal gucken. Der ist ja doch nicht so schlecht, wie ich dachte. Das brauche ich mal gar nicht. So, ja, warum nicht? Gut. Kann der auch weg. Also, ich habe, ähm... Tatsächlich... Ich meine, das hätte ich euch gezeichnet, obwohl ich von oben nach unten hin alles wieder abgenommen habe. Ähm... Dann habe ich da ja diesen Käfig dran gesetzt. Warum gehe ich jetzt von hier aus? Und ist egal. Zeige ich euch halt mal kurz von hier aus. So. Dann habe ich da diesen Käfig dran gesetzt. Ich glaube, den hatte ich ja. Stimmt. Dann war ich mal immer zusammen. Und dann habe ich ja von oben nach unten abgenommen. Bis hier hin. Und dann konnte ich da unten auch alles zusammenfallen lassen, ohne dass mal der Käfig zusammengefallen ist. Also, irgendwo hier, in dem Bereich, da muss dieser Bug sein, der dafür sorgt, wenn ich unten was wegnehme, dass hier oben was zusammenknallt. In dem Bereich. Weil ansonsten wäre es mir, dass der jetzt auch wieder zusammengeknallt. Und dann habe ich hier alles komplett mit Kabelstone schon mal ausgekleidet, weil das ist stumpsinnige Arbeit, habe ich gesagt. Mache ich kurz. Und habe da halt zwei Löcher zur Tür gelassen. Das seht ihr dann jetzt. So, weil ich muss ja da auch irgendwie reinkommen. Und deswegen habe ich gesagt, lasse ich da Löcher. So, gehen wir einmal hier rum. Ups, zu weit. Das hier machen wir uns dann auch noch später hin. Richtig schick. So, und hier seht ihr, hier sind zwei Tief. Achso, da wollte ich hoch. Mach hier auch mal ein. Und da ist einer, gut. Hier sind zwei Tief, aus dem einfachen Grund. Hier kommen die Spikes rein. Und denn, wenn ich die Tür aufhabe, muss ich ja über die Spikes rüberlaufen können. Und das kann ich halt nur mit Frames. Sonst tue ich mir ja Aua. Und deswegen kommt dann hier, ist das hier auch nochmal ein Tief. Dass ich hier Spikes, äh, Frames auf die Spikes stellen kann. Ja, so ist das gedacht. Und, äh, hier muss ich jetzt mit den Türen anfangen. Nicht, nicht irre. Das heißt, hier machen wir uns jetzt erstmal etwas hin, wo wir mit arbeiten können. Boah, das ist doch gar nicht so weit machen. Boah, das doch eigentlich nur so machen. Naja, so einfach ist das wahrscheinlich eher doch nicht. Mal gucken. Und, äh, jetzt sehe ich es nicht. Guck mal her. So. Dann haben wir das Kreuz schon mal fertig. Und können hier oben schon mal anfangen zu laufen. Das ist ganz praktisch. Das finde ich gut. Machen wir uns hier noch ein bisschen mehr. Ja, ist Hosewiaka eigentlich. So, dann habe ich hier schon mal ein Gerüst stehen. Und dann ist gut. Ja, ich weiß nicht. Ich mache mal besser hier auch. Sonst habe ich gleich wieder, wenn ich oben bin, dann fällt mir wieder ein, äh, du hast nicht so viel Platz zum Laufen. Und deswegen. So, das reicht. Das sollte ich noch. Jetzt bin ich hier schon mal richtig. Weil, ähm, genau, hier so eine Tür hin. Ja. Hier muss eine Tür hin. Jetzt muss ich mal gucken. Bauche. Eins. Zwei. Drei. Die muss ich draußen anlegen. Dann muss ich hier. Dann muss ich hier die hin setzen. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Na gut. Ja, gut. Okay. Also, eins, zwei, drei. Und dann davon zwei. So, und der gleiche hier. Warte mal. Eins, zwei, drei. Davon zwei. Und jetzt kann ich das hier machen. Dann brauche ich den jetzt zweimal drehen. So. Ne, der ist doch schon die drei. Ja, eins. Zwei. Drei. Und da wären die dann. Ähm. Ja, die müssten dann einhören. Ach, verdammt mich. Dann habe ich doch jetzt schon wieder zu wenig davon. Weil. Muss ich doch nochmal kurz denken. Also. Ich mache einen dran, ne? Ne, ich mache jetzt eins, zwei, Tür. Und dann den Boden. Ne, dann kommt da noch einer dran. Das heißt, einer kommt oben. Dann kommt die Tür. Und dann kommt der Boden. Und für den Boden muss ich dann so machen. Das heißt, die müssen in der Höhe. Super. Das heißt, ich darf hier wieder... Ne, ich brauche nur zwei wegschlagen. Wie schön. So. Also. Gitter. Tür. Boden. Und deswegen habe ich mir die Poles gemacht. Weil, ähm. Hier werde ich dann rüberlaufen zu den Türen. Das heißt, ich brauche noch mal, äh, zwei Stück. Vier. Hier brauche ich noch mal. Okay. Muss ich dummerweise noch mal rüberlaufen. Und da ist jetzt natürlich dann das Doofe, dass man die nicht direkt machen kann. So. Ähm. Wo ist denn hier? Ah. Auf die Seite muss dann die Tür verstehe. Aber die muss ja da oben hin. Haha. Muss also noch warten. So. Ne, dann kann ich jetzt hier rausgehen. Und dann ist alles gut. Und dann heute Nacht halt, äh, ein bisschen Eisen schlagen. Junge, Junge. Da ist, äh. Na. Geh doch einfach hoch. Hallo. Geht doch. So, was soll ich dir das? Vier Stück brauche. Uh. Da lang. Vier Stück. Da hin. Das sind die 50er. Davon vier Stück. Weil ich muss ja jetzt irgendwie raus und reinkommen. Und das mache ich ja nicht ganz oben. Am ersten Käfig. Sondern das mache ich dann ein tiefer am zweiten Käfig. So. Dann kann ich ja gucken, dass ich hier auch schon mal die Sachen mitnehme. Oh, wie heißt denn der eigentlich? Also einfach mal Club. Und immer noch am Produzieren, ne? Was brauche ich denn dafür? Ach, das ist ja billig. Äh, was ist denn denn Piers? Oh, was soll ich denn das schon wieder wissen? Muss ich auch mal nachgucken. Ähm, die kann ich noch brauchen. Gut. Und dann kann ich hier nochmal Eisen nachproduzieren. Oh, sehr schön. Noch fertig. Hallo? Geht doch. Das ist, wenn man nebenbei was am Produzieren ist. So, die... Wo habe ich denn? Ich glaube doch nicht... Die habe ich. Oh, die sind immer noch am Machen. Okay. Ja, dann, äh... Zurück. Manchmal ist das ein bisschen schwierig. Mit dem, äh, hin und her gucken. Dann vergesse ich wieder die Hälfte und dann ist auch doch... So wie jetzt, wo ich dann abschlagen muss und wieder zurück muss. Da hätte ich es noch ein Tier weit setzen können. Aber ich möchte eventuell, je nachdem wie hoch das dann ist, noch einen dritten Käfig drunter setzen. Das könnte sogar funktionieren. Ähm... Da muss ich hoch. Da muss da auch die Tür hin. Also in den Westen. Okay. So, wo hat denn jetzt gefehlt? Da ist er. Ich bin schon aufgerüstet. Sieht so aus. Ja. Der ist, äh, auch schon aufgerüstet. Ja, schön. Und da muss ich dann jetzt... nochmal ansetzen. Habe ich sowieso schon wieder mit vergessen. Habe ich mal so nebenbei ein, aber kann ich jetzt gleich machen. Weil da soll ja als zusätzliche Stütze auch... Hier, nochmal hin. Ja. Super. Falsche Taste. Okay. Versuchen wir es nochmal. So. Also erst dort. Komme ich natürlich so nicht hin. So. Außerdem brauche ich das später, sollte ich hier nochmal ein Käfig dransetzen wollen. So. Falsche Seite. Jetzt machen wir es erst so. So. Und da auch noch einen hin. Und fertig. Machen wir das dann auch. Gut. Und jetzt muss ich hier gucken, dass ich, äh... Ich hoffe, das geht auch. Aber jetzt muss ich die erst mal miteinander verbinden. Und zwar genau in der Höhe. Ähm. Wieso? Wichtige Höhe. Ach, da habe ich schon wieder einen kleinen Fehler gemacht. Kann ich aber erst wegmachen? Quatsch. Da kommt doch gar nichts weg. Da kommt doch die Tür auf der anderen Seite. Ich muss mal gucken, wie ich dann gleich hochkomme. Hihi. So. So weit, so gut. So. Und jetzt muss ich, äh... Dazu machen, wie es da oben ist. Dass ich hier jetzt erst mal... Na nü. Dass ich jetzt hier erst mal, äh... Aufbaue. Jetzt bin ich am überlegen. Es wäre vielleicht ganz gut. Dann jetzt erst mal so temporär... Ein paar Stützen hier rein... Zu setzen. Ja, ist die richtige. Eins. Zwei. Oh, das ist... Genau, das kann ich direkt an Ränder machen. Das ist ja praktisch. Stimmt. Machen wir es doch. So. Der ist dann auch in der richtigen Höhe. So machen wir das. Dann setze ich nämlich jetzt erst mal nur dieses Gitter drauf. Dass ich da die Türen und sowas schon mal... Und dann schlage ich mich hier... Dahinter quasi runter. So zwei. Und dann gehe ich eins, zwei nach links oder rechts... Und schlage mich dann runter bis auf 27. Also Höhe 27. Das sollte... Sollte hinkommen. Glaube ich. Das ist auch wieder die richtige. Bisschen komplizierter Aufbau... Aber... Also jetzt hier beim Bauen... Ist aber einfach mal notwendig. Damit es mir nicht zusammenfällt. So. Und jetzt sollte ich nämlich die ganzen Gitter hier... Alle ohne Probleme dransetzen können. Dann kann ich von oben nach unten... Die Gitter setzen. Dann sollte das nämlich auch halten... Ohne dass es mir zusammenfällt. Weil es ja dann hier überall gestützt wird. Und dann ist gut. Und dann kann ich die auch wieder abnehmen, denke ich. Oder es fällt mir dann zusammen. Das sehe ich dann. Und das mache ich jetzt erst mal, meine Lieben. Und... Ja, wenn es euch gefallen hat... Dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Teilt es gerne auf Social Media. Ihr kennt das. Wenn ihr mich unterstützen wollt... Nutzt gerne Patreon dafür. Und dann ist... Schick. Also ich würde mich drüber freuen, sagen wir es mal so. Bis dahin. Bye bye.